Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute so das ganze Thema Nettovermögensentwicklung an. Ich habe euch heute auch die Entwicklung meines Nettovermögens mitgebracht, wie sich das entwickelt, seitdem ich das bei mir in der Excel-Tabelle tracke und zum anderen, wie sich denn auch für meine Vermögensverteilung so ein Stück weit entwickelt hat. Das heißt, wie die einzelnen Assetklassen praktisch Bestandteil meines Gesamtvermögens sind. Vorher schauen wir aber mal so ein bisschen auf ein, zwei allgemeinere Statistiken und ich habe euch hier einmal mitgebracht, dass durchschnittliche Nettovermögen pro Kopf in Euro Personen in privaten Haushalten im Alter ab 17 Jahren. Und da sieht man relativ schön, dass durchschnittliche Nettovermögen in Westdeutschland insgesamt liegt bei 121.523 Euro pro Kopf. Ostdeutschland liegen wir da bei 54.896 Euro pro Kopf. Und wir sehen hier ja auch sehr schön, ja, in der Klasse, wo ich mich praktisch bewege, da wären wir jetzt hier bei Westdeutschland 26 bis 30 Jahren bei 24.000 Euro durchschnittliches Nettovermögen in der Klasse drüber, also in der Altersklasse drüber. 31 bis 35 sind wir da bei 47.000, bei 36 bis 40 sind wir dann bei 85.000 und bei 41 bis 45 sind wir da bei 118.000. Da bin ich jetzt, also wenn man es jetzt vom Alter ungefähr sieht, noch nicht ganz, ja, aber mein Nettovermögen bewegt sich tatsächlich tendenziell eher in diesem 41 bis 45er Bereich, eben was das durchschnittliche Vermögen in dem Bereich dann einfach auch betrifft. Was mich vor allem auch, ja, sehr, sehr stark interessiert hat, wie sieht es denn eigentlich prinzipiell aus in diesen verschiedenen Vermögensklassen, ja, und da habe ich euch auch was mitgebracht, und zwar Vermögen und Schulden von Personen, und da sieht man relativ schön untere Hälfte der Vermögensverteilung, obere Mittelschicht, wohlhabende Millionäre und eben insgesamt, und da sieht man untere Hälfte der Vermögensverteilung, ja, sind wir bei einem Nettovermögen bei 3.682 Euro, ja, das ist natürlich nicht besonders viel, dann haben wir die obere Mittelschicht, die hat ein Nettovermögen von 73.899 Euro, wir haben die Wohlhabende mit einem Nettovermögen von 297.000 und dann eben, ja, die Millionäre, die dann im Schnitt Nettovermögen haben von 2,941 Millionen. Und man sieht auch nochmal so ein bisschen, ne, also die untere Hälfte der Vermögensverteilung entspricht 50% der Nettovermögensverteilung, die obere Mittelschicht dann von 51. bis zum 75.% hier, und die Wohlhabenden decken dann eben den Bereich von 76 bis 98,5% per Zentil ab und dann eben die obersten 1,5% der Vermögensverteilung geht dann an die Millionäre. Bisschen schöner veranschaulicht, das sind jetzt ja hier sehr, sehr viele Zahlen, aber da hat man auch zumindest nochmal das Nettovermögen eben in absoluten Zahlen gesehen, hier nochmal grafisch etwas aufbereitet und dann sieht man schon relativ schön, wie verteilt sich das Ganze denn eigentlich, ne? Und da sieht man schon, untere Hälfte der Vermögensverteilung in den meisten Fällen dann eben, das sind ja ja alles Durchschnittswerte und das konnte man ja eben auch vorher sehen, der selbstgenutztes Wohneigentum, 2733. Natürlich kann man für 2733 Euro Netto, ne, funktioniert natürlich nicht, da gibt es ganz viele Leute, die haben dann eben nichts und ein paar Ausnahmen, die dann trotzdem irgendwo mit runterfallen, die dann vielleicht eine Immobilie besitzen, in der sie dann wohnen, also da ist das, ja, vieles, ähm, auch ganz interessant, ne, noch über dem selbstgenutzten Wohneigentum oder ungefähr gleich liegt das ganze Thema Fahrzeug, ja, ähm, also liegt sogar ein bisschen drüber, ich habe geguckt, 2733 versus 3244, bedeutet eben, äh, dass der größte Vermögenswert, ähm, bei der unteren Hälfte der Vermögensverteilung das Fahrzeug ist, das heißt ein Auto und danach kommt dann das Thema selbstgenutztes Wohneigentum, der Rest fächert sich dann hier so ein Stück weit, äh, ja, auf, also schon, schon eine verrückte Geschichte, äh, bei der obere Mittelschicht sieht man es relativ stark, ne, klar, das selbstgenutzte Wohneigentum, ja, das sind dann die Leute, die sich irgendwann mal entschieden haben, oh, wir kaufen jetzt eine Wohnung für uns oder wir kaufen eben ein Häuschen, da ist der Anteil eben auch an sonstigen Immobilien relativ gering, das heißt Immobilien, die man dann eben zum Beispiel vermietet, obere Mittelschicht hat auch ein bisschen was in dem Thema Geldanlagen, aber auch da ist der Anteil der Fahrzeuge zwar kleiner, aber auch immer noch in einem gewissen Bereich einfach da, bei den Wohlhabenden sieht es fast, also zumindest sehr, sehr ähnlich aus, ne, auch selbstgenutztes Wohneigentum sehr stark, sonstige Immobilien jetzt deutlich stärker, Geldanlagen auch deutlich stärker ausgeprägt und wir sehen schon, ja, so ein bisschen Betriebsvermögen zumindest bei einigen, bei den Millionären ist das dann nochmal ganz drastisch anders, ja, da ist das selbstgenutztes Wohneigentum nicht wirklich mehr so wichtig, da ist der Anteil der sonstigen Immobilien eben deutlich größer, Geldanlagen spielen auch eine gewisse Rolle, aber vor allem das Betriebsvermögen ist da verantwortlich eben hier bei der Bruttovermögensbetrachtung, das ist natürlich schon, ja, eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich persönlich finde. Wie sieht das ganze Thema denn so ein Stück weit bei mir aus? So habe ich das persönlich nicht getrackt, was wir hier aber sehen können, ne, also seit dem 2.7.2020 tracke ich fast jeden Monat, ich habe es zwischendurch mal für ein, zwei Monate mal vergessen gehabt, das mal aufzutragen oder einzutragen, deswegen hat man da so ein, zwei Lücken teilweise mit drin, aber so sieht das Ganze bei mir aus, ja, und ich habe es in drei verschiedene Dinge unterteilt, also ich besitze ja aktuell auch kein Fahrzeug, sondern ich habe einen Firmenwagen, das gehört mir ja nicht, also ist dann dementsprechend auch kein Vermögenswert. Ich habe es einmal unterteilt in das Thema Aktien, unterteilt, also Aktien, Immobilien, Cash oder Cash ähnlich, ja, und da sieht man relativ schön seit dem 2.7.2020, ja, dass da seitdem eigentlich meine Aktienquote kontinuierlich angestiegen ist, jetzt aktuell natürlich so ein bisschen stagniert und anfangs die Immobilien auch etwas größer waren, zwischendurch ein bisschen kleiner geworden ist und sich jetzt eigentlich auf einem relativ konstanten Niveau hält. Immobilie hier, ne, also das ist dann die Verteilung meines Nettovermögens, da tracke ich tatsächlich nur das, wir gehen, oder ich gehe in dieser Berechnung einfach davon aus, dass die Immobilie 1 zu 1 genauso viel wert ist, wie ich dafür bezahlt habe. Wir rechnen da sämtliche Nebenkosten, Kaufnebenkosten mit raus, sondern das heißt, das, was ich jetzt von dem abbezahlt habe, von dem reellen Kaufpreis, exklusive Nebenkosten, das tracke ich hier und da ja unser Mieter jeden Monat fleißig seine Miete zahlt, habe ich da natürlich auch einen gewissen Vermögenszuwachs und das ist aktuell zumindest so, dass es da relativ konstant bleibt. Cash oder Cash ähnlich ist ja in dieser Betrachtungsweise zumindest prozentual da sukzessive zurückgegangen. Was bedeutet das aber auch noch konkret, Vermögensentwicklung? Hier sehen wir als Basis der 2.7.2020, seitdem habe ich es ja angefangen, wie hat sich mein Vermögen seit dem 2.7.2020 entwickelt. Sieht man hier, es ist ordentlich gestiegen, was mich ja persönlich sehr, sehr freut. Und da sehen wir, dass mein Vermögen bis heute zumindest, also bis zum 1.6.2022 da durchaus gestiegen ist und wir liegen jetzt knapp 60% über dem, wo ich damals gestartet bin. Also wirklich fast, nicht ganz, aber fast, weil der 1.7. noch nicht mit dabei ist jetzt dann, das trage ich immer, dann muss ich da noch eintragen. Das Video kommt ja heute an dem Tag dann dementsprechend raus. Ich habe es ja auch vorher abgedreht, aber so ist es halt manchmal. Aber 2 Jahre Betrachtung bedeutet, und ich hatte ja auch am 2.7.2020 ja schon ein gewisses Vermögen, aber seitdem konnte ich das Ganze eben um knapp 60% steigern. Ganz genau sind es 59% aktuell. Wir waren schon mal im Mai bei 60%. Das sind natürlich auch immer nur Stichtagsbetrachtungen, keine Frage, weil ich tricke jetzt nicht jeden einzelnen Tag, sondern ich nehme immer den Stichtag, meistens den 1., 2. oder 3. eines Monats, je nachdem, wie sich es gerade irgendwie anbietet und wie ich gerade auch daran gedacht habe in der Vergangenheit. Aktuell versuche ich es immer eben am 1., 2. oder 3. irgendwie aufzutragen und da sieht man aber auch, dass es zwischendurch schon mal einen Peak gegeben hat und liegt natürlich auch so ein Stück weit an meinem Aktienportfolio, wisst ihr ja auch. Das Erreichen der 80.000 Euro Marke war ja zum Jahresstart, beziehungsweise zum Jahresende 2021, Jahresstart 2022 und da war ich schon mal bei 59%. Seitdem, man sieht ja auch, ist das Nettovermögen ja so ein bisschen zwischendurch abgeflacht und ist nach unten gegangen. Ich hatte eine negative Nettovermögensentwicklung, weil natürlich meine Aktienquote sehr, sehr hoch ist und mein Portfolio ja auch zurückgegangen ist. Und wenn man dann natürlich trotzdem weiter einzahlt, weiter einzahlt, das Portfolio aber jeden Monat im Prinzip das verliert, was man eingezahlt hat, sieht man dann in den darauffolgenden Monaten auch relativ schön, dann bleibt das Nettovermögen zumindest aktuell so ein Stück weit konstant, auch wenn man selbstverständlich die Aktienanteile da weiter ausbaut. Was heißt das für mich so ein bisschen? Gemessen an dem, sag ich mal, Klassischen, was wir jetzt vorher gesehen haben, also ich bin da sowieso ziemlich weit weg von dem Thema eigene Immobilie, weil ich habe die ja aktuell noch nicht, weiß nicht, ob das zukünftig vielleicht mal relevant sein wird, schaut man dann. Aber da ist meine, sag ich mal, Vermögensaufteilung, meine Assetklassen schon etwas spezieller, weil ich dann doch eine sehr, sehr starke Aktienquote habe im Verhältnis, wenn man sich das auch anguckt. Gut, Millionäre haben da meistens noch Betriebsvermögen und andere Immobilien. Ich habe jetzt den Teil andere Immobilien auch hier mit drin, aber eben vor allem sehr aktienbezogen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das zukünftig auch nochmal verändern wird und dass man vielleicht in der Zukunft aktuell, es passiert ja sehr, sehr viel im Bereich der Immobilien, erst mal kein Thema, eine weitere Immobilie zu kaufen, zumindest Stand jetzt. Man beobachtet Dinge, mal gucken, was da in den nächsten 12 bis 24 Monaten passiert. Würde es nicht ausschließen, aber aktuell ist jetzt nichts ganz fix irgendwie geplant, dass man den Teil weiter ausbaut und dass meine Aktienquote, so wie sie ist, wahrscheinlich irgendwann so ein Stück weit auch wieder zurückgeht. Die ist natürlich relativ hoch, keine Frage. Fühlt sich aber für mich aktuell immer noch sehr, 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 sehr positiv, sehr, sehr gut an. Mich stört das aktuell nicht, wie sich die Aktienmärkte bewegen. Es tangiert mich so in meinem alltäglichen Leben tatsächlich überhaupt nicht. Wichtig ist natürlich, umso größer dann auch das Nettovermögen insgesamt wird, ob man dann auch in der Zukunft sagt, hey, das passt noch für einen so, man will vielleicht doch eher noch mehr Cash- oder Cash-ähnliche Bestände aufbauen oder man sagt, ne, man versucht doch nochmal weiter in den Bereich Immobilie zu gehen. Vielleicht auch irgendwann, würde ich heute auch nicht ausschließen, ein Betriebsvermögen irgendwie aufzubauen. Dafür müsste man erstmal eine Firma gründen, um ein Betriebsvermögen aufzubauen. Aber gucken wir mal, was uns da in der Zukunft erwartet. Mir persönlich hilft es immer, ja, wenn man sich sowas anschaut und sich selbst einfach nochmal so ein bisschen auch einordnen kann, wo steht man denn eigentlich aktuell im Verhältnis, sag ich jetzt mal, zum Durchschnitt, wie sieht es da aus gegenüber der Altersklasse und finde es auch trotzdem, ja, eine schöne Sache zu sehen, dass das Vermögen eben immer noch, auch wenn man mal eine Delle irgendwie so ein bisschen drin hat jetzt, so ein bisschen Stagnation, dass das Vermögen einfach weiter wächst und wie sich das ganze Thema, ja, bei den Asset-Klassen, bei mir eben unter anderem gestaltet. Lasst mich gerne wissen, wie es denn bei euch da aussieht in dem Bereich, wie sich euer Vermögen in den letzten, ja, Monaten, vielleicht in den letzten zwei Jahren auch so ein Stück weit entwickelt hat. Schreibt es mir super gerne eben in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, freue ich mich selbstverständlich auch über ein Abo. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.